Moin Moin und Willkommen zu der Demo Witch-Spring-Error Oder wie auch immer was man ausdrücken mag, ich bin nicht so gut in Englisch Wie man schon sieht, die Demo ist auch Englisch, das Spiel wird es auch leider nicht in Deutsch geben, wenn es rauskommt Also es wird eigentlich schon enttitelt sein, man kann aber japanische Sprache und sowas haben Wenn man jetzt hier zum Beispiel auf Settings guckt, die Sprache, man sieht was es da gerade gibt Und ja Das war auch immer ein Rollenspiel, soll das sein Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein mit Runden basiertem Kampfsystem ist oder ob man jetzt in Echtheit kämpft, das werden wir jetzt mal herausfinden Und ich denke mal, so wie das da aussieht, so wird auch die Grafik sein, dann gucken wir uns das mal an Immerhin Ich bin niedlich. Ah, okay. Ah. So, jetzt wird alles hier erklärt. Ähm, ich würde gerne einmal... Nee, nee, das will ich jetzt eigentlich nicht. Achso, so ist das gemeint. Ah, alles klar. Also man spielt mit Pfeiltasten sogar tatsächlich noch mit. Okay. Das ist mal etwas ganz anderes. Alles klar. Nice. Man muss tatsächlich... Mit der Pfeiltasten muss man mal spielen, ja? Macht auch nicht schlecht. So, ich würde gerne einmal... Settings... Ähm... Ich glaube, das da. Nee, so wie ich das nicht. Nein, nein, nein. Ich dachte, das wäre jetzt die gesprochene Sprache. Okay, dann kann man die jetzt gerade nicht ändern. Macht auch nichts. Ah, ja. Mit Enter-Taste klaren wir das auf. Mit Pfeiltasten... Wirklich mit einer Pfeiltasten nochmal rum, aber man kann das bestimmt auch auf... Man kann das aber bestimmt auch auf WSD umändern, aber... Oh! Rechtsklick kommt das Menü hier. Weltkarte. Na, zeig mal. Aha. Ein paar Sachen zum Erkunden auf jeden Fall. Battle-Information. Ja, gegen die man schon gekämpft hat. Pets gibt es. Nach Hause teleportieren. Wie mein Status hier ist. Also, sieht sie aus, ja? Aha. Okay. Na, dann... Rechtsklick weg. Ah, man kann auch einfach mit der linken Maustaste... Ja, gedrückt halten und dann die ganze Zeit mit ihr laufen. Das geht auch. So, da kann sie durch. Ah, man kann das auch mit der linken Maustaste wegklicken. Oh, wer ist er dann? Aber mit Enter-Taste ist das einfacher. So. Mal mitnehmen, das Ganze hier. Finde ich auch gut gemacht, dass man das auf der Minikarte sehen kann. Also, es stand auf jeden Fall, dass da was mit Herstellung hier ist. Könnte ja was mit dieser... So ähnlich sein wie diese Atelier-Reihe. So eine Art. Achso. Ja, ja. Was auch immer. Wir machen das. Oh, ein Hase. Okay. Soll ich einen Fang? Alt. Drücken. Ah. Oh, was war das denn? Okay, sie kann irgendwie nicht treffen. Sag mal. Okay, das war natürlich zu nah. Möchte sie das nicht, oder? Ja, also, sie schießt automatisch immer so hoch. Alles klar. Ja, der Hase geht wohl nicht. Muss man das jetzt überhaupt machen? Mal so nebenbei gefragt. Ja, anscheinend ja, weil man sieht die Minikarte gerade überhaupt nicht. Ah, jetzt ist es wieder da. Oh, absorbieren. Ah, eine Pflanze zum Heilen. Auch gut. So, dann laufen wir hier nochmal so. Oh, der ist groß. Tja, also, vielleicht kann man das noch irgendwie skillen oder so. Ich weiß nicht. Ja, wir haben ja schon die Hasen gefunden, aber du kannst sie nur nicht fangen. Weil du das irgendwie nicht möchtest, so. Muss ich vielleicht versuchen, von hinten ranzukommen? Oh. Oh, oh. Der guckt, der guckt schon so komisch. Sehe ich auch so. Oh, nein. Ich wollte mich doch nur wegbewegen. Ja, danke, dass du mir jetzt nochmal erklären möchtest, wer das ist. Das ist schön. Ja, ja, ja. Oh, je. Oh, je. Ja, das kann ich ewig und drei Tage lang versuchen. Hm, die kriegt das nicht hin. Der eine war irgendwie ein Glücksgriff gewesen. Ach. Ja, und jetzt? Alles klar. Ja, jetzt ist ganz einfach. Alt-Taste gedrückt halten und dann mit den Pfeiltasten hinten hin und her bewegen. Oh, Gott. So. Also. Alt-Taste gedrückt halten. Raunter. Zack. Da haben wir ihn auch. Oh, je. Siehst du, war doch ganz einfach. Stand bestimmt auch voll im Englischen da, aber... Ne, wenn man das Englische nicht so beherrscht. So. Enter. In der Nähe vom Haus. Okay. Ja, ja, ab ins Haus. So, jetzt gehen wir da hin. Craften. Ja. Ja, so ein Alchemie-Kram hier. Aha, alles klar. Mach gleich mal drei Stück. Aber sehr niedlich. Oh, oh. Jetzt klopft es an der Tür. Also, ich glaube, ein Biest würde jetzt nicht klopfen. So. Und verlassen. Jo. Sehr niedlich gemacht. Ja. Oh, oh. Na, was kommt jetzt? Oh, da oben sind auch noch mehr. Ja, komm, wir bespulen das Ganze ein bisschen. Ich will einfach nur sehen, wie das jetzt hier aussieht. Ja, und los geht's. Oh, doch. Er ist rundenbasiert. Cool. Ähm. Den soll ich benutzen? Ne. Den da. Oh, da treffe ich beide. Dann mal los. Enter. Uhuhu. Cool. Aua. Ah. Ja, wenn das kommt. Ja. Counter. Cool. Ha. Bin den Stab weggeknüppelt. Turn-Bonus. Und so weiter. Ja. Schade, dass das Englisch ist. Schade, schade, schade. Ach so. Normale Attacke erst mal. Eins, einmal schwingen, zweimal. Das erinnert mich so ein bisschen an Grandia. Oder Grandia, wie auch immer. Ja, dann killen wir den erst mal. Weg damit. Sehr schön. Turn-Bonus. Ja, jetzt hat sie den Turn-Bonus. Ähm. Na, machen wir den mal. Ja, schön. Schön wegkürzeln das Ganze hier. Die Kampfmusik hat auch was, muss ich sagen. Bam. Ha, cool. Oha. Ja, 1000 ESP erst mal, um aufzuleveln. Ach, und danach sammelt sie erst mal ein. Wie cool. Danach geht sie erst mal zu jedem hin und sammelt den erst mal. Äh, looted erst mal. Cool. Haha. Nett. Nett, nett, nett. Jetzt wollen wir erst mal alle besiegen. So, gibt's hier was Neues? Nee. Das ist das Leben und alles drum und dran. Was ist das mit dem Ausrufezeichen hier? Ach so. Irgendwann fischen. Gut, dann kämpfen wir erst mal. Oh, den Hasen holen wir uns natürlich. Ah, Fight. Ja, los geht's. Items. Äh, Defense. Ja, ist klar. So, mal sehen. Kriegen wir drei hin? Ja, sehr schön. Alle drei. Sehr schön. Ey, das, das gefällt mir. Schöne Spielchen, wirklich. Ja, Konter mal. Genau. Kann ich nochmal? Ja, sehr schön. So, komm, jetzt Brat Nummer drei weg hier. Auf Wiedersehen. Sehr schön. So. Und, bam, bam. Man könnte es bestimmt auch irgendwann mit Controller spielen oder so. Gehe ich mal von aus. Na, geht die jetzt echt nochmal looten? Nee. Ach so, das war auch gerade eben nur die Sequenz. Schade. Das wäre cool gewesen, wenn man nach jedem Kampf nochmal hingeht und zu jedem hinläuft. Zwar auf Dauer nervig, klar, das stimmt schon, aber trotzdem wäre schön. So, Sekunde mal. Steuerungtaste. Ach, was man zu tun hat. Ja, alles klar. Ähm, Tab-Menü. Das wäre auch recht im Ausfluss gewesen. Items. Ach so, mit dem Blatt an sich kann ich jetzt nichts machen. Ja, dann kannst du es benutzen. Da, ja. Jetzt ist sie voll. Alles klar. Und los geht's. Kämpfen! Na ja, da gehen halt nur die zwei. Wann weckle euch? Tja, echt schönes Spiel. Echt schönes Spielchen. So, und nochmal. Ja. Na, na, na. Du haust mich. So. Bam, bam. Sehr schön. Aber ich muss sogar sagen, auf den Bildern sah das jetzt nicht nach unten basiert aus, ne? Da stand auch jetzt nichts drin, dass es unten basiert sein soll. Also es sah eher nach, ähm... Ja, Echtzeit aus. Also, dass du rumläufst und dann direkt einen Feuerball wirfst oder so im Rahmen halt. Ja, dem war jetzt nichts. Ach, da sind noch mehr. Tag auch. Ach so, man kann eigentlich nochmal angucken. Das ist ein extraer General, ja? Oh, jeder Einzelt. Oh. Das ist nicht gut. Na, 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 na. Ja, irgendwann gibt es noch mehr Zaubersprüche, das ist klar. Jetzt haben wir natürlich sie nicht. Egal wie ich das Reben wende, das wird nichts. Also, erstmal ein. Ein zur Zeit. Na, greif den Rechner an. Nein, macht den natürlich auch nicht. So, weg damit. Schön. Und nochmal. Bam. So, jetzt ein Konter am besten. Ja, na, siehst du. Ah, strategische Critical Dingsbums hier, jo. Jetzt los. Bam. Schön, schön. Oh, was kommt denn jetzt? Oh, oh. Weg damit. Also, wirklich ein sehr niedliches Spiel. Mir gefällt's. Wäre natürlich schön, wenn man am besten japanische Sprache machen könnte. Aber das geht gerade in der Demo logischerweise nicht. Aber es ist auch nicht so wild jetzt. Also, wenn sie irgendwann mal rauskommt. Na, Moment, jetzt warten wir noch ganz kurz. Okay. Ja, sie will sich jetzt trainieren. Das, oh, das gucken wir uns dann nochmal an. Aber auf jeden Fall, jetzt schon mal mein, mein Fazit wäre jetzt schon mal, wenn es rauskommt, ich würde es spielen. Aber ich würde es mir irgendwann erst holen, wenn es ein Zähl ist. Also, für Vollkreis wäre es mir nicht holen, weil es Englisch-Englisch spielt nicht so begabt, leider. Ähm. Aber, ja. Doch, doch, selbst auf Vollkreis kann ich mir gut vorstellen, das mal irgendwann mal zu spielen. Das hat was. So, dann einmal nochmal gucken, wie sie sich jetzt hier trainiert. Was da jetzt passiert. Aha. So, das da. Training. Und dann, ah ja, jetzt kommt es ja HP, ne, MP, das kennen wir ja alles. Magie, Stärke, ganz klar. Agilität, klar, dass du öfters rankommst. Mhm, Defense. Immer, wie man es kennt. Ah ja, jetzt kann ich mir aussuchen, was ich haben möchte. Ach so, Minigames wohl. Hier, ja, Autotraining. Hoppala. Die wollte ich gar nicht. Ich war noch gar nicht so weit. Gut. Ja. Danke. Was habe ich denn jetzt genommen? Schwimmen? Ja, gut. Ah, Stärke und Verteidigung. Was ja auch nicht verkehrt ist. Alles in Magie. Ja, und nochmal, Magie ist ja das Wichtigste bei ihr. Also, man könnte Challenge machen, aber da ich hier jetzt nicht so mit Englisch bin. Ah, gut, komm, wir gucken es einfach mal an. Aha. Mit Space, also Leertaste. Ah, okay. Ah, alles klar. Mit den Pfeiltasten die Richtung ändern, mit Leertaste die ganze Zeit schießen. Nettes kleines Minispiel. Schön. Alles geschafft. Nett. Perfekt Bonus, noch auf kurz 30% obendrauf. Ja, dann ist natürlich klar, dass man das nicht automatisch machen sollte. Schön. Oh, jetzt willst du noch mal schlafen gehen, oder was? Ja. Okay. Ist der? Niedlich. Echt. Echt schön gemacht. Ich würde mal sagen, da steckt eine Geschichte. Hinter, die man irgendwann mal erfährt. Ja, so, jetzt sprühen wir mal kurz mal vor hier. Ah, man soll jetzt im Wald gehen und nochmal kämpfen und so. Ja, das könnte man. Also, für den Ersteindruck, auch wenn es Englisch ist und auch Englisch bleiben wird, für mich wäre es was, dass ich das auf die Wunschmeldung so packen könnte. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.